So sieht eine Tonne Kokain aus. Geschossen wurden diese Bilder von der mexikanischen Marine, der ein Schlag gegen Drogenschmuggler gelungen ist. Das Kokain wurde auf See vor der Stadt Manzaneo an der Pazifikküste sichergestellt. Die Drogen waren in insgesamt 1.100 Päckchen verpackt. Die hohe Geschwindigkeit des Schmugglerbootes hatte das Misstrauen der Einsatzkräfte erregt. An Bord seien sieben Personen gewesen, so die Behörden.